Ich sag's so wie es ist. Es gibt keine Sicherungsmöglichkeiten. So, da kommt was runter. Ist ja rum. So, die Schlüssel brauchen wir. Den brauchen wir auch. Die Diamanten sind egal. Ich glaube, da ist recht. Einiges an Diamanten haben wir schon verpasst. Das ist aber weniger schlimm. Ich würde nur gerne wissen, wo es lang geht. Aha, ja. Toll, das war's schon mal wieder. So, ohne die Diamanten zu nehmen, kommen wir gleich los. Genau hinter uns, das hört man vielleicht. Nein, das hört man wahrscheinlich nicht. Aber da kommt so eine Feuerwalze, weißt du. Krank, Alter, wir haben das Tynamid nicht mal aktiviert, ja. So, und wieder einen Diamanten vergessen. Aber das ist mir in dem Fall wirklich egal. Der hat uns wieder mal ganz knapp verfolgt. So, Schlüssel mitnehmen. Und... Nein. Extra-Leben. Und... Wupp dich... Das ist keine Sprache. Ähm, ich meinte natürlich... Gut, äh... Hoppala! So, sehr schön. So, Extra-Leben ist egal. Wenn wir hier jetzt nicht failen, brauchen wir das auch nicht. Ähm... Nein! Nein! Ähm... Ultra-Fail... Schade. Hätte noch klappen können. So! Und los geht's! Auf ein neues... Scheiße. Le Fluchtbus. Genau, Hexana ist jetzt nämlich ganz, 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 ganz böse auf uns. Und ich weiß nicht mehr, wieso. Na jedenfalls schickt sie jetzt so eine Art Feuerwalze hinter uns her. Wenn man das mal salopp so sagen darf. Böse Hexana. So... Voll ungewohnt ein Spiel mit Pfeiltasten. Ja, ich glaube. Weil... Der Minecraft-Hype und so, ne? Weißt du? Hallo? Gibt das Kack extra los? Jetzt auf einmal. Nein. So... Und ich glaube so langsam... Oh. Ich glaube hinter uns kommt die Feuerwalze. Ist natürlich nicht so günstig. So günny! Der war jetzt so schlecht. Vor allem hat der überhaupt nicht gepasst, ja. So, ab hier wird's blind. Wenn ich das mal salopp so sagen darf. Nein! Direkt vorm Extraleben! Nein! 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 Das darf nicht sein! Boah! Noch mal! Könnte jetzt ein Weilchen dauern, aber ihr habt ja sicherlich... Naja, jetzt noch ein bisschen... So, zehn Diamanten, beziehungsweise neun Diamanten können wir auf der Strecke lassen. Es werden aber definitiv mehr bei uns Chrom-Gefaile hier. Ich hab sowieso nicht das Bedürfnis, jetzt hier ein zusätzliches Herz zu bekommen. Bringen wir das auch nicht. Nur wieder zwei Diamanten vergessen. Also, ein Drittel vom Level haben wir bis jetzt, wenn ich das richtig interpretiere. Wenn ich das richtig interpretieren darf. So, jetzt jump ich mir gleich an dem Typen vorbei. Und gehen aber nochmal zurück, um das Extraleben zu holen. Nein! Das war schlecht. Das war mehr als schlecht. So... Kaboom! So, und der Hank... Der Hank... Der Trank füllt unsere Herzen, die sie beschädigt sind. Natürlich wieder auf. Und ich weiß... Ja, da unten ist ein Extrale... Äh, warum wird das nicht? Äh, kein Bock. Und vor allem keine Lust. Vor allem meine Füße verkrampfen schon wieder. Wie das so normal ist bei mir bei Adventure-Spielen. Nein! Nein! Das zweite Mal am Extraleben vorbeigejumpt! Alter! Willst du mich verarschen? Vor allem der kann über Löcher rennen hier, ja? Was ist denn das bitte? Wieso kann ich das nicht? Arschloch! Hugo ist zu unfähig. Wie als der Kiku-Meister. Tja! Kiku-Meister sind eben besser als wie man denkt. Ha ha! 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 So, jetzt müssen wir alle Diamanten sammeln. So, und ein Drittel haben wir geschafft! Yey! Boffi! Ja! Kacke, wenn nicht! So, und den Schlüssel! Und du, bei Yampunu! Und schon mal den Schlüssel aktivieren! Und... Rü bezahl! Und hier einmal den Schlüssel! Also, wer hier alle Diamanten bekommt, der ist los! Extrem! Extrem! So, und auf ein neues... Hooray! 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 Hurra! Hurra! Ich seh nix mehr! Und hier drauf! Und hier drauf! Und... Yey! Über die Hälfte des Levels ist vorbei! Und der Snappentrank vorbei gerannt! Natürlich auch geil! So, endlich! So, es ist nach wie vor... Blind? Nein, ich verspüren! We all gonna die! Ach du Scheiße! War's das? Vollherzig! Ich hab sowieso schon... Nein! Ach, na immerhin! 74 Prozent! Aber gibt ein extra Leben! So! Wie wird es weitergehen? Wir erfahren es! Das... Jetzt! Nein! Sag nicht! Sag nicht! Sag nicht! Ich bin dir sehr zu Dank verpflichtet! Du... Unnützes... Prähistorisches Reptil... Du... ...dommels... Hässliches! Aua... Aua... Es tut mir leid! Aua... 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 Jetzt sag doch aber bitte nicht. Alter. Das Spiel hat sieben Level. Ähm, ja, also, hm, da haben sie sich wirklich viel Mühe gegeben bei der Entwicklung dieses Spiels. Ich will das Spiel jetzt nicht schlecht machen, aber ich meine, es ist nicht der Bruhleur. Ja, das war, das war Hugo 4 Diamantenfieber von ITE Media Interactive Television Entertainment. Tja, damit ist ein weiteres Projekt abgeschlossen und das ist schön. Ich kann an der Stelle wieder mal euch nur viel, viel Spaß bei dem wünschen, was er als nächstes macht. Schaut doch mal bei unseren anderen Let's Plays rein und schaut euch doch mal den Trailer für Alone an. Alone-Trailer einfach in unserem Kanal suchen. Und dann solltet ihr fündig werden. Das ist ein Let's Play. Ein schönes, spannendes Projekt, auf das ich mich schon sehr freue, soll im Dezember 2012 kommen. Mal schauen, wie das funktioniert. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei irgendwas und bis denn. Tschüss, euer Timo. Beziehungsweise Simovie, aber ich nenne mich jetzt Timo. Bis denn. Tschüss. 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 Vielen Dank.